Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Twiles Fusion, der 10. Folge und der 2. Aufnahmesession. Wir haben beim letzten Mal hier die Herausforderungen gemeistert und diese 2 Strecken ebenfalls auf Gold. Und heute geht es weiter mit Trouble im Tempel. Darum Aliens. Okay, Aliens, cool. Stehe ich drauf? Klingt gut. Das ist schon mal nicht ohne. Und hier kommt man noch hoch. Hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Okay, das kann ich überhaupt nicht. Mal, Moment. Gibt's ja... Keine Ahnung, was hier kommt. Fahren wir da erstmal nochmal. Hm, nochmal. Das war schlecht. Okay, den land ich ganz gut. Ach toll, ich dachte, die Wand kippt weg. Egal. Achso, das war übrigens früher so. Ich hab euch ja von der Streckenzentrale erzählt, wie das da abläuft. Ihr könnt die Strecken runterladen und die dann spielen von den Benutzern. Und früher war das so, dass ihr, wenn ihr die Strecken spielen wolltet, bei Twilight HD war das so. Also bei dem ersten Teil, der auf der Konsole, beziehungsweise auf dem PC war. Ja, ich glaub, war Twilight HD auf PC noch? Ich glaub schon. Jedenfalls war das damals so, ihr musstet... Bei der Xbox war es so. Da hab ich das selber gespielt. Ihr musstet, um die Strecken zu spielen, die ihr, keine Ahnung, auf YouTube gesehen habt und sonst was, musstet ihr einfach die Leute in der Freundesliste hinzufügen. Und da sind damals so viele Freundschaftsanfragen umhergegangen, einfach weil es so coole Strecken gab und die Leute nicht spielen wollten. Das waren noch Zeiten. Da musste man noch improvisieren mit dem Teilen der Sachen. So, das war eine gute Landung. Aber es sah gerade ein bisschen ungesund aus und das war auch sehr ungesund. Ich find das immer wieder ganz lustig, wenn man schlimm landet und der dann irgendwie voll verdreht auf dem Bike hängt. Das Problem ist, je nachdem wie der da hängt, leiden die Posen drunter. Äh, nicht die Posen, sondern... Ihr könnt halt dann nicht mehr... Ähm, richtig neigen. Und dann habt ihr ein Problem. Okay, wo... Wo bin ich eben nochmal kaputt gegangen? Ah, hier bin ich, glaub ich, schon vorbei. Aber wo waren die Aliens? Oder sind die da unten? Ah, da kommt doch was. Ich werde nach oben gezogen. Was passiert mit mir? Hilfe! Okay. Interessant. Interessant. Und wiederholen. Ab. Doch, war richtig. Oh, das ging ja schneller als gedacht. Oh, Moment. Es gibt mehrere Schalter. Oh. Muss ich jetzt gucken. Was auch immer ich da gerade gemacht hab, war mir egal. Ich hab die Entschuldigung dafür, dass ich mir die Strecke komplett ganz genau ansehe. Das schafft man sowieso nicht mehr. Dann hier der nächste Knopf. Ein wunderschöner Money Hop. Oh. Die kann stoppig machen. Oh. Todeszone. Nehme ich mit. Äh, wo ist denn hier noch ein Knopf? Äh, wo ist denn hier noch ein Knopf? Gehe ich das noch gerettet? Kommt nach. Ach, scheiß auf. Okay, auch hier nicht. Hä? Der Regel sind es doch immer drei Knöpfe. Hä? Also, es ist kein Unterschied. Ah. Leute, natürlich. Oder. Ne, hier war der Knopf gar nicht. War ein zweiter. Ich dachte, dann muss ich wieder zurück. Und dann hinten rum irgendwie. Ah, jetzt ist der Knopf da. Ah, Moment. Moment. Vielleicht dann wieder zurück. Natürlich ist es gar nicht so einfach. So, einmal. Okay, selbes Prinzip nochmal. Aber hier ist nichts. Oder muss ich fehlerfrei fahren? Ich bin auf jeden Fall schon mal auf die Spur von irgendwas gekommen. Ist auch kein Knopf. Ich wollte nur gucken, ob da unten ein Knopf ist. Ach, Mann. Also auch nichts. Ah, da hätte ich nicht gesehen. Wo ist denn hier ein Knopf? Ich schätze, da werde ich nicht drauf kommen. Eine der Gerüstplatten. Und Fehlerfreilauf. Also. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Okay. Da kriege ich zwei hin. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Aber falsch aufgekommen. Also eins. Zwei. 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 Kann ich eigentlich? Ah Mist. Ich habe gehofft, die liegt an die Platte. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach mal ein paar Saltis an eine Stelle gemacht. Interessiert ja am Ende keinen. Saltis sind Saltis, nicht? So, jetzt ist kein Fehler mehr hier auf der Geraden. Und geschafft. So, was war die andere nochmal? Was war die andere Herausforderung? Hier nochmal. Keine Gerüstplatten. Ah ja, okay. Das ist ja so, die Gerüstplatte ist ja das Finale quasi. Okay. Tropensturm. Es war eine finstere und stürmische Fahrt. Herausforderungen. Kein Bike, okay. Vollgas 3. Fahrradfehler ohne das Gas loszulassen oder zu bremsen. Abgeblitzt. Lass dich vom Blitz treffen. Beggy, welche Führer? Ein Fehler frei. Lauf mit der Beggy aus. Zwei Sachen will ich ausprobieren. Ab. Ab. Ich glaube, das ist so strange hier. Die Sicherheitsalerte, die Krates, die endless Riding-Tests. Der Punkt ist... Okay. Ich sag mal, was ausprobieren. Nein, das gehört dazu. Das ist ein E-Sag. Ah. Oder war das jetzt... Schwierig. Okay. Das war wohl irgendwie... Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Dieser Sprung. Aber dafür war die Landung nicht schlecht. Oh, Gott. Ich weiß gar nicht, ob dieser Salto-Sound, dieses, was ihr gerade gehört habt, ob der eigentlich selber festgelegt werden muss oder ob der automatisch vom Spiel dabei ist. Na, da sehe ich ja frühestens im Editor. So, da ist wieder diese Landung. Jetzt habe ich es hinbekommen. Das war... Sehr lahm. Okay. Oh, nach vorne. Gold. Und Absturz. Kabau. Bam. Okay. Fehlerfrei Gas loslassen. Okay. Das wird auch gar nicht so einfach werden. Ach, sag los. Jetzt fahre ich einfach besser als vorher. Ja, aber ich meine es gar nicht so gut zu bremsen. Das war das gerade, was ich in einer der letzten Folgen meinte. Ihr drückt dann nach vorne und das Problem ist, der Hinterreifen geht einfach dann nach oben. Wenn man Pech hat. Ach, komm. Der Anfang war doch gerade so wunderschön. So, dann hier aufkommen und ja, direkt wunderbar. Boah, die Stelle, ich wusste es. Die Stelle ist so schwer. Die Zeit ist mir jetzt gerade vollkommen egal. Aber ich wusste, dass die Stelle im Wasser mich komplett rausreißen wird. Aha. Nein. Ich habe gehofft, auf dem Vorderreifen zu landen und dann runter zu rollen. So, noch bin ich gleich schnell. Ungefähr. Okay. Da darf ich nicht so gut landen. Oh. Ich glaube, ohne Neigen wäre die Strecke hier wirklich schon krank. Also, wenn man sich laut der Herausforderung nicht neigen dürfte. Genau, das meinte ich. Ah. Da habe ich echt gut Spielraum gehabt, um Schwung zu holen. Mist. Ich habe zu früh Boden gefasst. Das war schwierig. Ich glaube, weit wäre es ja nicht mehr gegangen. Aber ich habe wenigstens den ganzen Teil der Strecke schon mal raus. Natürlich muss man das dann auch hinkriegen. Ah, schön. Es freut mich, dass das so gut klappt an der Stelle. Genau, das habe ich mir oft. Ah, jetzt ist das Motorrad gesprungen. Ach, Leute. Das ist gar nicht so einfach. So, kriege ich das hin? Reicht das? Ja, ganz knapp. Ah, jetzt habe ich gebremst. Oh Gott. Aber wäre sowieso voll daneben gegangen. Ich hoffe, da spreche ich mir da jetzt keinen Fehler ein. Oh, wie gerade der Donner kam, als ich gerade aufgesetzt habe. Das war cool. Hier ist es halt gut, dass das Bike so einen Schwung macht. Dann kriege ich nicht zu viel Schwung. Aber da oben muss ich mir echt was einfallen lassen. Hier. So was zum Beispiel. Wie weit ist das Ziel weg? Hier ist das Ziel geschafft. Schön, schön. Ach ja, was haben wir noch? Ach so. Ah, nicht wiederholen. Toll. Also, ich habe nicht wiederholen geklickt, sondern mir die Wiederholung anzeigen lassen. Aber hier könnt ihr... Ja. Ihr könnt hier übrigens gucken, wie das Ganze dann aussieht bei der Wiederholung. Dann seht ihr, was ich drücke die ganze Zeit. Natürlich RT die ganze Zeit. Wer hätte das gedacht? Egal. Egal. Wiederholung von Affen. So, also nochmal. Was waren die andere Herausforderungen? Es gab da noch eine. War das 10 Salty's? Nee. Irgendwas mit einem fehlerfreien Lauf, was gar nicht, glaube ich, so einfach war. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier vielleicht ein paar Versuche mehr brauche. Wegen der Stelle am Wasser, weil ich da den Schwung einfach brauche. Wäre richtig witzig, wenn ich jetzt noch eine neue Bestzeit machen würde, aber nie im Leben mit diesem Bike. Ich fahre hier gerade einfach dasselbe Schema, aber jetzt nicht mehr. Also Vollgas. Au. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird. Aber ich bin an meiner alten Bestzeit echt nah dran. Aber gut, das war ja auch nur ein Versuch. Und geschafft. Ich würde sagen, machen wir jetzt gerade nochmal schnell. Fahren wir jetzt noch einmal schnell die Strecke mit einer neuen Bestzeit. Das machen wir jetzt noch. Und los geht's. Achso, Moment. Hier habe ich das eben nochmal gemacht. Wir waren das ja voll gut mit dem... Ach, genau so bin ich die ganze Zeit gestartet. Nee, bin ich nicht. Ich will mit Gegenbruch, glaube ich, und dann hier den Schwung mitnehmen. Ich bin so strange. Na ja, fast. Oh, das war ein schöner Übergang hier. So, dann hier nicht zu viel. Dann klappt das auch. Jetzt noch der schöne finale Sprung und direkt mit einem Beelie rein. Schön geschafft. Mich würde mal gerade noch interessieren. Gibt es... Ach, es gibt gar keine... Ah, ich wette, mit euch Platin kommt im nächsten Lot. da war mal irgendwas. Aber egal, ich würde sagen, wir sind an der Stelle wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich für's Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.